Bevor es losgeht, einmal noch eine kleine Werbung am Rande hier und zwar Level Up hat jetzt seit gestern neu die Reloaded Edition im Design von einer Schrotpatrone. Das Ganze ist eine Geschmackskombination aus Mango und Pitanga, also ich weiß nicht auf Deutsch, das ist irgendwie so eine Kirsche in der Art. Schmeckt super, super geil, das Ganze nach einer neuen Formel mit weniger Koffein. Joa, ich finde sie sau lecker, ich bin noch am überlegen, wo ich diese Edition einranken soll. Falls ihr jetzt Bock kriegen, solltet euch auch das Ganze zuholen. Mit dem Code G-Time gibt es aktuell eine 3 für 2 Aktion, das heißt 3 Dosen zum Preis von 2. Solltet ihr also eure Vorräte auch aufstocken wollen, ist das der perfekte Zeitpunkt, so sieht das ganze gute Stück aus. Sind 40 Portionen enthalten, richtig geile Sache, schmeckt sehr, sehr lecker, fruchtig, erfrischend, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen an der Stelle. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Infovideo, liebe Freunde. Das letzte ist ja schon ein bisschen länger her und auf dem Netzwerk hat sich auf jeden Fall jede Menge getan. Und ich habe mir gedacht, ey, ich halte euch mal so ein bisschen up to date und zeige euch mal, was jetzt alles hier so auf dem Netzwerk passiert ist und was wir so die letzten Wochen gemacht haben. Und zwar zum Start des Netzwerks hat ja leider ein großes System, was den Minigames-Bereich eigentlich zu aktivem Leben verhelfen sollte, nicht funktioniert. Und zwar der Legendenpfad. Der läuft jetzt mittlerweile richtig. Ich habe hier auch schon meine ersten beiden Level gemacht. Ich bin jetzt aktuell daran am Arbeiten, das dritte Level freizuschalten. Und darüber kriegt man hier, wie man sehen kann, auch wichtige Rewards, wie zum Beispiel ihr kriegt Lizenzen, um eure Ressourcentasche aufzuwerten. Da kommen wir gleich zu. Und hier unten kriegt man auch jeden Tag um 12 Uhr immer Daily Quests. Ich habe die jetzt schon erledigt. Zusätzlich funktioniert jetzt auch der Battle Pass. Ich bin mittlerweile fast Level 20. Man hat hier jede Menge Aufgaben, die man erledigen kann in den Minigames. Also es lohnt sich auf jeden Fall jetzt richtig rein zu grinden, weil man darüber dann noch jede Menge neue... Also ihr macht damit auch jede Menge Coins. Ihr könnt hier rechts an der Seite zum Beispiel sehen hier. Ich habe aktuell 31.650 Coins. Und im Legendenpfad bin ich Level 2. Und dann gehen wir jetzt mal hier hoch in die Stadt, denn hier sind die wichtigsten Dinge überhaupt. Und zwar schaltet man ja über den Legendenpfad dann später auch neue Features wie NPCs und so frei. Und man hat eine Ressourcentasche. Die kann ich jetzt auch mal ganz kurz hier öffnen. Hier die Ressourcentasche, ne? Hier habt ihr die Ressourcen drin. Ihr seht auch schon, Stoff habe ich zum Beispiel gerade 46 von 240. Und die kann man aufwerten beim Schmied, bei Bernd. Wenn man nämlich zu Bernd geht, dann öffnet sich dieses Inventory. Und wenn wir hier unten draufklicken, dann sehen wir das auch schon. Hier sind die ganzen Materialien, die ich zum Aufwerten für die Tasche benötige. Mir fehlen jetzt aktuell noch die Kupferbarren. Mit denen gab es ein kleines Problem. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt heute hoffentlich oder die nächsten Tage, wann auch immer, gelöst wird. Die kriegt man schon angerechnet, aber die werden nicht vom System angerechnet. Weil eigentlich habe ich die Kupferbarren. Und dann kann ich nämlich meine Ressourcentasche auf Stufe 2 bringen. Das bedeutet dann, dass ich mehr Ressourcen von den ganzen Ressourcen, die es hier so gibt, mit mir rumschleppen kann. Ihr seht auch hier, ne? Es gibt hier verschiedene Seltenheitsgrade. Das geht hier hoch bis legendär. Hier habe ich zum Beispiel einen Trimax-Kopf. Auch wenn er nicht aussieht wie ein Trimax-Kopf. Dann haben wir hier auch die ganzen anderen Ressourcen, wie ein Goldapfel. Oder auch jetzt hier Diamant. Oder die Blitzperle. Da sind allerhand Ressourcen. Und die brauchen wir, um zum einen Aufgaben abzuschließen, die wir aus dem Legendenpfad bekommen. Es gibt hier oben zum Beispiel einen NPC Falkron, der Ressourcenbox-Händler. Den schaltet man irgendwann sein Item, um ihn freizuspielen. Hier seht ihr das auch nochmal, ne? Der sagt auch hier, hey, ich suche meinen Schlüssel. Hast du meinen Schlüssel gesehen? Wenn du ihn findest, sag mir bitte sofort Bescheid. Den sein Schlüssel kriegt man dann irgendwann aus dem Legendenpfad. Und der muss dann repariert werden. Das kostet auch wieder Materialien. Dann muss man Aufgaben erledigen, um den wieder aufzuladen und alles drum und dran. Also man hat dann richtig so Questlines, denen man folgen kann. Und ja, so habt ihr allerhand zu tun. Könnt ihr richtig, richtig viel auf dem Netzwerk machen. Und es gibt auch schon einige Leute, die wirklich in die Game-Modes gehen. Es ist jetzt gerade natürlich früh morgens, wo ich das Video aufnehme. Deswegen ist hier gerade entsprechend wenig los. Also die Leute, die jetzt gerade hier online sind, das sind alles hier die Kaktus-Klicker-Suchtis. Aber so gegen Mittag fängt es schon an, dass sich die Minigames mittlerweile doch füllen. Und nach und nach kriegen immer mehr Leute davon Wind, dass das jetzt alles funktioniert. Und fangen an zu grinden und gehen auch richtig rein in die ganze Sache. Also deswegen, wenn ihr Bock habt, fühlt euch frei. Kommt gerne aufs Netzwerk, playlegend.net, Version 1.20.1. Und dann kann der Grind beginnen. Genauso wird es natürlich jetzt auch in Zukunft weitergehen. Wir werden jetzt anfangen, so ein paar Verbesserungen zu machen für den Minigames-Bereich. Also es sind auf jeden Fall jede Menge Quality-of-Life-Geschichten geplant. Zum Beispiel, wir wollen jetzt machen in Bad Wars, dass wenn ein Spieler einen anderen Spieler besiegt oder sein Bett abbaut, dass der Name des Spielers in der Farbe des Teams ist, damit man besser erkennen kann, welcher Spieler hat jetzt gerade was gemacht. Ist das vielleicht sogar mein Nachbar? Und ist der jetzt gerade angreifbar, weil der sich irgendwo anders rumtreibt? Und so weiter und so fort. Solche Kleinigkeiten. Die wollen wir jetzt auf jeden Fall im Minigames-Bereich machen. Natürlich sind wir auch im Hintergrund am Planen, was alles in Season 2 an Content, vor allen Dingen in Kaktus-Klicker, kommen wird. Dann haben wir ja noch neue Game-Modes, die kommen. Der letzte, der jetzt kam, war The Dropper. Den habe ich auch schon viel gespielt. Und, äh, ja, macht auf jeden Fall sehr viel Laune. Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne vorbeischauen. Zusätzlich sind wir dran, eine weitere Only-Up-Map zu bauen. Der Plan ist ja, dass es bei Only-Up verschiedene Karten geben soll. Ich gehe jetzt mal eben ganz kurz raus. Hier seht ihr übrigens auch unseren neuen Escape-Bildschirm. Ich habe übrigens extra jetzt keine Facecam im Video drin, weil ich mir gedacht habe, dann seht ihr alles besser. Und, äh, die Facecam verdeckt nicht wieder irgendein Element, wo dann die Leute am Ende schreiben, Jo, äh, Kevin, man hat das gar nicht im Video gesehen, weil deine Facecam wieder davor war, ne? Klassiker von G-Time. So, das hier ist das gute Stück. Das ist die neue Only-Up-Map, die gerade in Arbeit ist. Im Moment sind die Arbeiten gestoppt. Da kommen wir gleich zu. Die gehen aber in Kürze weiter. Wir wollen am 11. Februar, das ist auch schon auf Twitter angekündigt, ein Riesen-Event wieder machen zum Release dieser Map. Und das Ganze wird wieder mit Cratern stattfinden. Das heißt also, ich gehe davon aus, am 11. Februar wird auf dem Netzwerk auch wieder ordentlich was los sein. Und das lohnt sich auf jeden Fall dann vielleicht mal in dem Event vorbeizuschauen, Leute, ja? Also ihr seht die Map, die ist richtig, richtig cool. Eine Sache, die uns ganz, ganz wichtig war, wir wollten, dass diese Map auf jeden Fall deutlich einfacher ist als die aktuelle Only-Up-Map. Wir haben nämlich gemerkt, es gibt viele Leute, die haben Spaß an Only-Up, aber die haben gesagt halt so, ey, die Map, die ihr habt, die ist einfach etwas zu schwer für mich und das demotiviert. Und es wäre geiler, wenn ihr eine etwas einfachere Map bauen würdet beim nächsten Mal oder generell euch da so ein bisschen drauf fokussiert. Ich stelle jetzt mal meinen FOV um, also Leute, die meine Streams regelmäßig schauen, die werden schon gesehen haben, wie ich diese Map mal gespielt habe, aber ich zeige euch das jetzt mal eben ganz kurz. Ihr merkt schon in den ersten Schritten, wenn ich hier hochgehe, rapide Unterschiede zur aktuellen, also zur Classic Only-Up-Map. Da gibt es ja eher so lange Jump'n'Run-Pfade, wo dann potenziell eine sehr hohe Gefahr besteht, runterzufallen. Und hier ist das wirklich so, man muss eher hochklettern, ne? Man hat hier immer wieder auch Assets oder an dem Gelände hier, ne? Von den Bergen und so, da kann man dann hoch. Und was halt richtig cool ist, es geht auch richtig in Gebäude rein. Also sehr, sehr viele. Wir haben wirklich, also hier steckt jetzt mittlerweile fast bald zwei Monate Arbeit in der Map drin. Die ist sehr, sehr detailliert gebaut, weil wir haben jetzt gesagt, okay, wir bauen jetzt einmal eine Map, wo wir noch mehr Arbeit und Qualität reinstecken, als schon in der ersten. Und die erste Map war ja schon sehr aufwendig, aber das hier, also da hat sich das Bauteam auch komplett selbst mit übertroffen. Ihr seht es auch gerade, ne? Wie das Ganze hier funktioniert. Also hier sind auch keine wirklich krassen Jumps drinne. Und die Jumps, wo man komplett runterfallen kann, die sind so gebaut, dass sie eigentlich jeder schaffen sollte. Aber wenn man halt runterfällt, regt man sich auf, dass man so doof war, da runterzufallen, ja? Auch hier, guckt es euch an, das ist alles sehr, sehr easy gebaut, ja? Man kann hier wirklich an alles ranspringen. Das Adrenalin wird auf jeden Fall vorhanden sein. Und es ist deutlich einfacher als auf der ersten Map. Aber man muss halt trotzdem aufpassen, dass man nicht runterfällt, ne? Hier gerade eben wäre es schon fast geschehen. Und hier seht ihr das, was ich meine immer wieder, ne? Man hat hier immer wieder so, 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 so Stellen, wo man den Weg so ein bisschen herausfinden muss. Und das finde ich halt sehr cool gemacht. Und es gibt wirklich richtig, richtig große Gebäude, wo ihr dann auch sehr lange beschäftigt seid, die zu erklimmen und die Wege zu finden. Das macht aber auch einen Riesenspaß. Also ich habe die Map jetzt schon mehrfach im Stream so ein bisschen bei den Faden, die vorhanden sind, Probe gespielt und hatte jede Menge Spaß dabei. Und man hat nicht mehr dieses, dass man durchgehend über so Jump'n'Run-Wege geht, wo man dann seinen kompletten Progress im schlimmsten Fall verliert, ne? Hier seht ihr das jetzt auch gerade. Ich bin jetzt hier in einem Gebäude unterwegs. Und so funktioniert das dann. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Leiter. Da kann man dann hochgehen. Seht ihr, und dann geht das hier immer weiter. Man kommt hier immer weiter im Gebäude hoch. Finde ich sehr cool gemacht. Und ja, ne? Und das geht hier immer weiter. Jetzt geht es hier immer höher. Jetzt kann man hier durch das Gebäude. Kommt dann hier immer höher. Ah, wir müssen jetzt hier von hier rüber. Zack. Ne? Und dann sind wir jetzt schon hier draußen. Und das hat jetzt schon ein bisschen Zeit gekostet. Aber es hat richtig Laune gemacht. Hier sind zum Beispiel auch Stellen. Das kann ich jetzt mal zeigen. Wenn jetzt hier ein Spieler langläuft und nicht so aufpasst. Hier am Anfang sind noch Stellen, wo man drauf fallen kann. Aber es gibt hier auch Stellen, wo zum Beispiel das Glas weg ist. Und hier würde man dann tendenziell komplett runterfallen. Das sind aber so Stellen, wo die Spieler dann selber schuld sind. Da muss man wirklich gut aufpassen. Und sowas wollten wir mehrfach drinnen haben, dass die Leute nicht immer dieses, ja, diese schweren Sprünge über den Abgrund haben. Weil ich glaube, das ist so eine Sache, die die Leute halt sehr frustriert. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das ganze Konzept findet von dem, was ihr jetzt hier so in der kurzen Zeit gesehen habt. Ne? Wenn ich jetzt im Video die ganze Map zeigen würde im Detail, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich versuche schon gerade so schnell es geht hier durchzulaufen, um euch so gut es geht einen Überblick zu verschaffen, wie diese Map aufgebaut ist. Aber ihr seht, hier gibt es wirklich etliche Wege. Ich kenne natürlich das meiste schon. Deswegen bin ich hier jetzt relativ rasch unterwegs. Aber es geht immer wieder durch Gebäude. Man hat nicht immer wieder so einen kompletten Verlust an Progress, wenn man irgendwo runterfällt. Und wenn man das hat, dann ist das eher bei Sprüngen, die eigentlich jeder, ich will es eigentlich gar nicht so sagen, aber jeder Dulli schaffen sollte. Eigentlich. So, warum wir das Ganze jetzt ein bisschen pausieren mussten, lässt sich auch ganz simpel erklären. Ich weiß nicht, der ein oder andere von euch wird es ja vielleicht schon mitbekommen haben. Und zwar will Eli ein Turnier in Minecraft machen und Trimax hat den so ein bisschen an mich verwiesen. Und da sind wir jetzt gerade mitten in der Planung mit unserem Team. Wir sind dieses ganze Turnier quasi am Vorbereiten und haben dafür jetzt schon verschiedene Sachen gemacht. Wir haben einmal eine Bad Wars Map gebaut, weil es wird einmal eine Runde Bad Wars geben. Es sind sechs Teams, A3 Spieler und hier haben wir schon mal diese Map jetzt dafür gebaut, extra für das Turnier. Hier sind die Spawns von den Teams und hier ist dann der Gold Spawner und hier in der Mitte sind dann Diamond Spawner und der Netherite Spawner entsprechend. So sieht das Ganze aus. Und wir werden einen Modus machen, den haben wir noch nie getestet, so in dem Sinne. Also den haben wir noch nie jetzt mit euch gespielt oder so. Den kenne ich auch nicht, dass das andere Netzwerke oder so anbieten. Und zwar wird das ein Warden Escape Parcours werden. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir sind jetzt gerade hier in so einer Art Parcours. Wir haben hier eine eigene Map gebaut, die so ein bisschen so eine Art Eigeninterpretation vom Deep Dark ist. Und Ziel des Modus ist oder des Ganzen, die Teilnehmer müssen quasi von Punkt A nach Punkt B, was das Ziel ist, kommen. Eine goldene Druckplatte oder so erreichen. Und das Ganze geht auf Zeit. So und das Besondere bei diesem Parcours ist, man muss vorsichtig sein. Man darf hier nicht, ich kann das einmal demonstrieren, einfach so durchlaufen. Denn, ja, ich weiß nicht, ob hier irgendwo was ist oder... Ja, da. So, habt ihr schon gehört, ne? Hier sind auf jeden Fall solche Skulk-Sensoren. Es gibt auch Skulk-Skriker. Und wenn man zu laut ist, dann kann es passieren, dass man den Warden aktiviert. So und wenn der Warden aktiviert wird, ganz unangenehm. Man kann hier nämlich auch so rüberjumpen. Dann wird der einen verfolgen. Und das hier ist jetzt noch ein Tutorial-Bereich. Ich will den jetzt auch nicht ganz spoilern. Und hier wird eine Tür hinkommen. Und wenn man diesen Tutorial-Bereich abgeschlossen hat, also da wird irgendwie... Das geht so fünf bis zehn Minuten. Dann quasi öffnet sich die Tür. Und dann werden alle Teams gleichzeitig hier beginnen. Und das ist die eigentliche Spielfläche, ja? Also hier wird wie so eine Art Deep-Dark-Schloss gebaut. Kann das jetzt auch mal die Night-Vision eben wieder reinmachen. Ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern. Aber hier wird dann quasi das Ziel sein. Das wird auch markiert sein. Also die Teilnehmer werden auf jeden Fall sehen, wo der Weg lang geht. Wir müssen aber leise sein. Es gibt auch Parts, wo man den Warden wieder abschütteln kann, wenn er einen verfolgt. Und man muss versuchen, das Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Ich denke, dass das eine sehr coole Sache ist. Das ist ein bisschen Frübelei für uns, weil wir müssen halt genauestens planen, wo wir den Warden und so am besten platzieren. Also wenn der spawnen sollte. Das kann man sehr kontrolliert alles machen, damit sich auch ein gutes Game-Design ergibt. Und ja, das ist einer der Game-Modes. Und das Ganze wird am Montag stattfinden. Deswegen dementsprechend von mir schon mal die Info an euch. Wir sind momentan hiermit sehr beschäftigt. Das wird jetzt bis, weiß ich nicht, bis am Wochenende alles komplett fertig sein. Also wir sind jetzt schon weitestgehend mit den meisten Sachen fertig. Ihr seht ja, also das hier wird jetzt innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden alles gebaut. Plus den Vorbereich hier. Das Bautheam ist also geisteskrank am Gas geben. Wenn wir damit dann durch sind mit dem Turnier, dann liegt der Vollfokus wieder auf dem Netzwerk. Weil ich weiß, dass diese Frage jetzt kommen wird, ob das Ganze hier als Modus letzten Endes auf unserem Netzwerk kommt. Kann ich noch nicht sagen, muss man mal gucken, wie das jetzt im Turnier ist, wie das Feeling ist. Ob die Leute sagen, ey, das ist schon beim Zuschauen so geil umgesetzt. Kann vielleicht sein, dass wir sagen, ey, wir machen mal ein Event, wo dann ein NPC reinkommt. Und man in diesen Modus reingehen kann und auch eins zu eins diese Karte spielen kann. Und wir schauen, wie das bei euch ankommt. Ob es Sinn macht, einen Modus zu machen mit mehr und längeren Karten, wo ihr dann Bock drauf habt. Müssen wir mal schauen. Weiß ich noch nicht, ne? Muss man mal gucken. Ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet, was ihr gesehen habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne Bewertungen, Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.